Liebe Leute, nachdem wir gerade Trauer, Leid und was weiß ich nicht hatten und den Pullmeister 9000 weiter geht's hier, ich hab keine Ahnung mehr haben müssen. Wir wollen einfach nur Meister werden. Das hab ich festgestellt. Wir wollen die Anna. Geh mal. Geh mal. Geh mal. Geh mal. Geh mal. Geh mal. Explodieren. Ah ne, noch nicht. Au. Explodieren, sobald die sterben. Ach ne. Ja, aber das ist voll scheiße. Au. Na, was? Nein, Jimmy, nein. Ja doch, Gformmann, wie? Naja, ja keine Ahnung, irgendwie, halt Reiner. Huh. Na. Wie wollen die allerbesten, nein. Ich überlebe das nicht, ich überlebe das nicht. Oh, schau zu. Vor allem, die ich zu dir überlegen, ich bleibe bei mir, knock back, knock back, jetzt. Ich hab wieder knock back, komm nach mir. Ich auch. Oh. Ich hab jetzt, oh fuck, zwei sind wir explodiert, ich bin tot. Ja. Naja, komm, die beiden roten müssen wir da jetzt schon noch machen. Ah. mehr Schaden für alle. Alter, alter, alter. 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 Ich sehe roten, die ich kriege kaum schaden, alter. Ich bin schon wieder drauf. Die dürfen nicht nehmen, die ich studieren, alter, dann bist du echt gefickt bei. Alter. Na, du schenkst du jetzt mal... Ey. Mehr Schaden für alle. Ähh. Die sind zu hart, Jimmy, man. Die sind sehr viel 26. Ja, und Schänkin, Mobs. Guck's dir an, ich mach dir kaum Schaden, man. die sind hinter dir gleich nicht mehr wenn ich mit ihm fertig ist kürzlich worten das ist ja schweine ich hab den aber nur angequatscht ich nicht du wixer geht doch jetzt sind normale was steht denn da da steht ein boss oder so wir müssen die windige haben bedingt und wieder die decken ja so sagen wir nicht die schämme muss wird angreifen solches kugel sind du dir mal mit einer entfernung habe ich auch festgestellt hat sich gedacht lohnt sich nicht ich sehe jetzt schon kommentaren die explodieren gar nicht das sind nur die und die explodieren die sind extra grün die haben ein anderes grün sieht den unterschied gar nicht oder wir töten die zu langsam oder so dass sie den skil wieder durchkriegen oder so den hätten wir jetzt nicht mehr geworfen doch ich brauch es noch tatsächlich tatsächlich nicht gemacht jetzt habe ich es aber glaube ich oder nicht jetzt habe ich es aber ich sehe gerade dass mein viech wieder weg ist dein viech ist auch schon wieder weg war ja jedes mal wenn du stirbst so finde luminals leiche und verbrennen sie nebenbei 26 man ich habe das gefühl sind immer noch ja ich habe es gerade so aber bei dir schon eng na so fickte ich halte die klappe moll schaden ist mittlerweile auch echt weil nicht nennens werden da sind ja noch welche die wickeln warum musst du die killen weil du hast schon wieder eine quest mäßig feuer stammen kanonieren muss ich noch habe ich nicht die quest die konnte ich aber auch nicht annehmen ich habe keine quest werde ich an ja ich glaube wir müssen dann jetzt doch mal erwähnen die ist eine ziemliche masse hinter mir ja tschüss hau drei wir helfen mir halt nicht und ja dann hau ab dann geh halt ja in welchen dungeon gehen wir denn jetzt äh achso willst du da hinten nicht mehr abgeben ne oder was ach ne das ist ja diese level 26 feuer frost kanonieren na die habe ich nicht mehr zu niedrig haben wir hier im ödler nicht schon einen dungeon weiß ich nicht naja wenn nicht nuki komm her hier komm du bist ja nur level 26 dich kriegen wir bestimmt da und jimmy ist einfach weg wo ist jimmy hin wie komme ich da hin ich habe rückruf gemacht ja hier in dem gebiet habe ich keinen dungeon der unserem level entspricht ja das ist schlecht ne naja zu unterlevel sind ne warum ja bevor wir hingegangen sind hatten wir erst so einen dungeon der müsste um die 24 sein 23 und der ist wo ja das löschbrand irgendwas war der glaube ich da wo wir als letztes waren so logisch weiß auch nix wa aber bist du eigentlich geistig völlig behindert oder so oder ach tega ich sitz mit dir im ts was ist das für ne frage ach ach jimmy 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 ja der ist 20 aber der bringt ja nix das müssen wir machen nein ich wollte da jetzt nicht hinlaufen komplett kann man kann ich da nicht so aber du kannst doch hier über die dinger hier porten ach ja über die kleinen gings hier genau ko links nekromatisches labor du bist gruppenlieder war ja immer noch es war eine frage ja du merkst ja doch nichts eines tages habe ich dich mache ich da muss zwei kann es mal betreten und jetzt schränke ich gefäße bis hin an plus zwei bisher ist also 22 fragen wir fragen okay jetzt sicher schauen wir ja angenehmer und so kann es bleiben sehe ich genau ich mache einfach mehr als das doppelte an den schaden machen wie vor eben gerade bei den anderen die kiste links bin ich schon dabei ein guter schneller ist mein der schaden der gefällt mir dreimal besser ja wie gesagt wir können dabei bleiben das ist so ist das schön so muss das sein ein von hutemd von hutemd dafür ist also einmal gestorben wenn wir von der ok ja es hat was macht also du hast aber die sagt um genau zu sein mach ich mal so wenn du darfst es ist ja aber sonst macht sie gut dass das ganze minimale sollte wir haben doch mal alle hier so mein gott noch eins ich komme mit der stimmenreise hoch ohne zu sterben inventar voll super super weil wir das reicht war ja eigentlich schon ja aber ich war nicht mehr so ganzen bilder ich finde es jetzt gerade nur schlecht dass mein inventar voll ist wenn ich ehrlich bin da schmeißt du eben das weiße raus so zack zack schnell wenn ich mal weißes zeug hätte hier das ganz gut ansonsten habe ich echt nur ja es ist gerade kacke es ist gelingt wenn wir jetzt warten würden bräuchten wir halt das ist dann würde halt ein lang der drunter leiden höchstwahrscheinlich oh leine komm stier 6600 schaden geht doch inventar voll inventar voll nein ich will das mit dem platte jetzt klein kannst du jetzt noch was manchen wenn ich jetzt sie du musst doch noch per hand raus das geht das so wird es ist ein freundlicher doch gemütlich schub ich spiel ich spiel die mir das xp Buch nein noch schon wieder so scheiße erfolgt was schweiß ich jetzt hier raus fragen war fragen und derzeit kann in ihrem lagerplan nicht benutzt werden schön das kann ich frau schon mal sag mal hast du eine ahnung wie das mit den die wir gehen nun geht glücksruhen so jetzt kann ich hier raus ja ich mach den scheiß los in der pause die aufnahmen haben noch ein bisschen platz wo wie kriegen welche bilden sind ich habe das gefühl dass seit jahren ich keine neuen aber da stehen so grundsätzlich grundsätzlich schon so gut aber natürlich nur grundsätzlich aber das heißt aber das würde ja dann der puren theorie heißen weil davon abgesehen dass wir noch mal rein müssen nur ein zweimal dass wir öfters in dem die william modus kämpfen müssen richtig herzlichen glückwunsch ja nee eher so nee aber ok erstmal hier zerstören ich habe jetzt alles 25 items packe ich jetzt hier erstmal weg und so bringt mir jetzt eh nichts level 26 war ja auch noch nicht ja ich mache gerade sogar die 23er scheiße kaputt die eh schon schlechter ist als das was ich habe gerade wird mal komplett entmistet hier das mache ich auch aber gut der 24 ist dann schon deutlich besser wobei da sich mir auch schon fast die frage ausstellt ob ich da nicht bis dahin bessere sachen kriege naja ist er dieses gut inventar ist jetzt wieder etwas leerer etwas groß oder klein geschrieben nein wenn ich das hier so sehe vor allem mein inventar ist gleich voll also hier die dings hier lagerhaus das ist ganz toll weil das ist ganz toll also die dchainige halt nicht kannst du doch ein den getar zugrillen genau mit fernticket auf mein lager aus ich glaube das habe ich im lager aus ich sehe es gerade auf den ersten blicken noch ein paar ältere kisten aufmachen 1.500, 1.200 sehr schweres chaos erlegts hier ja nett ne warum kann ich das hier nicht stapeln genauso viel heilt wie das sehr schwerer sofortiger gesundheitstag sehr schwerer sofortiger gesundheitstag dann stapel doch den dreck so jetzt habe ich ihn nicht mehr warum gehen die megaphonen nicht ach so weil es eine megaphonenbelohnung und es eine megaphonen sitzt egal so wir müssen jetzt einfach rein es tut uns leid wird jetzt ein bisschen gegrindet wir wünschen euch was wir sind cool